Sportwetten Mittwoch 5.6.2019 Tagesgewinn, 155 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Heute am Donnerstag liegen nunmehr die Resultate meiner gestrigen Prognose für den Mittwoch vom 5.6.2019 vor, und es wurden insgesamt 155 Euro gewonnen. Natürlich mussten 48 Euro ein Satz bezahlt werden, was aber letztlich immer noch ein Gewinn von etwa 100 Euro ausmacht. Hier die Details. Mittwoch 5.6.2019 Pragantino Saubento 1 plus 2 2 zu 0 1 Euro 50 1 Euro 50 Flamengo Korintians 1 plus 2 1 zu 0 1 Euro 60 2 Euro 40 Japan Trinidad 1 plus 0 plus 2 0 zu 0 5 Euro 50 13 Euro 20 Portugal Schweiz 1 3 zu 1 1 Euro 55 20 Euro 46 Pasto Magdalena 1 plus 2 3 zu 0 1 Euro 90 38 Euro 87 Bogotá Decol 1 plus 2 1 zu 2 4 0 Euro 155 Euro 50 48 Einsätze 48 Reihen Schrägstrich 48 Einsätze